Ich begrüße euch ganz herzlich zur Tagesbotschaft für den 8. August und wir haben heute die Botschaft Du verzauberst durch dein Sein. Magie fließt hell und strahlend in dir. Also heute geht es darum, dass du eine sehr, sehr gute Ausstrahlung hast. Wahrscheinlich werden dir das heute die Leute auch mitteilen. Du hast heute eine sehr, sehr gute Ausstrahlung. Du strahlst dir wirklich etwas Positives aus und das wird die Leute einfach in deinen Band ziehen. Ja, das wird ein sehr, sehr schöner Tag und ich wünsche dir da alles Liebe. Ciao!